Wir brauchen in Deutschland eine ganz neue Gründerkultur. Und warum? Wir brauchen mehr Startups. Und dafür werde ich mich in Berlin einsetzen, damit die Rahmenbedingungen stehen, damit die Finanzierungen stehen, vor allem die zweite Finanzierungsphase. Wenn ein Startup richtig erfolgreich ist, auch vielleicht in die Internationalisierung gehen will, dann müssen wir vom Staat, aber eben auch aus der Gesellschaft heraus mehr finanzielle Unterstützung hier leisten. Und dafür werde ich mich hier im Landkreis Böblingen einsetzen, damit wir hier im Land der Tüftler und Denker mehr Startups haben, aber eben auch für ganz Deutschland und für ganz Europa. Dafür stehe ich, Marc Gerdertz.